Gabriel, du darfst jetzt hier mit den Händen reingucken und du musst Dinge erfüllen und darfst die eine Sache rausziehen. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe was. Und es ist... Kondome. Na ja, wie sind die denn da reingekommen? Das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil wir wollen ja eine Kelly Family 3.0 verhindern. Also mit dir stirbt die Kelly Family aus. Richtig, dank euch.